Ich muss mir so überlegen, ich kann mich gar nicht auf beides konzentrieren. Und mein Ding hast du auch noch rausgekriegt in die Runde. Deswegen habe ich mich eigentlich freundlich. Jetzt ist es mir dabei. Wie viele Athletinnen haben bei der Kochserie Reifeleistung schon mitgemacht? Zwölf. Siebzehn. Es sind siebenunddreißig. Okay, wow. Sydney. London. Paris. Sydney. Habe ich schon gesagt. Ja, Sydney. Geil, versteckt der. Ist gut. 1-1. Köln kann er. Immerhin Köln kann. Johannes Ritzig. Koletta Ritzig. Vinzenz Geiger. Katharina Hennig. Florian Wilmsmann. Den hat er gut gelegt. Julian Schmid. Nei. Nei. Ja. Skeleten. Gordeln. Ja. 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 Leibobob. Teamstafel. Hast du ihn jetzt gesehen? Können wir den umdrehen? Ja. Ja. Auf jeden Fall, dass der raus ist. Beide. Wenn nicht sogar beide. Ich bin Spielleiter, wenn du raus. Okay. Sehr gut. Monobob Frauen. Ja. Nein. Ja. Was der Big Ball. Ja. Sieger. Im Curling. Im Curling. Ich dachte, ich machste über die Fragen. Steigt. Die sind beide lecker. Herzlichen Glückwunsch. Platz 1. Herzlichen Glückwunsch. Platz 2. Silber. Schloss Flint 2. Seidn. цвет 1.